Micha, ein 2 zu 4 des FC Ingolstadt in Heidenheim. Seit gestern steht fest, es geht für die Schanzer in die Relegation. Wie hast du die 90 Minuten von gestern erlebt? Ja gut, man muss sagen, wir haben ein bisschen schwer ins Spiel reingefunden in der ersten Halbzeit. Warum, da diskutieren wir jetzt noch drüber. Vielleicht wollten wir zu viel, waren ein bisschen übermotiviert, weil wir haben dann schon im Video anschließend gesehen, dass wir vorne angelaufen sind. Also wir wollten, ob das der Dario war, der Kutschke, und die anderen sind aber nicht genug nachgerückt. Dadurch hatte Heidenheim dann viel Platz zum Spielen und führte dann auch folgerichtig, obwohl die Tore ein bisschen unglücklich waren, zur Halbzeit. Zweiter Halbzeit war es dann ein anderes Spiel, muss man auch sagen, enorm, was in der Mannschaft an Wille und Motivation steckt. Selbst nach dem 2-3 Rückstand noch mal angetrieben von hinten, der Ciauner holt den Ball aus dem Netz und beeilt sich wieder. Also die Mannschaft hat wirklich die ganze Zeit daran geglaubt, da ein gutes Spiel abzuliefern. Insofern glaube ich, können wir mit erhobenem Kopf auch aus dem Spiel herausgehen, weil es ja auch sowieso nichts genutzt hätte aufgrund von Regensburg-Sandhausen. Also wir waren da nicht ganz unzufrieden mit der Leistung insgesamt. Jetzt wartet mit Wien Wiesbaden der Drittplatzierte der dritten Liga auf euch. Wie du sagst, das erste Spiel ist am kommenden Freitag, das nächste dann am Dienstag. Was nehmt ihr von gestern mit aus der Partie, auch im Hinblick auf das Duell mit Wien? Also wir nehmen aus dem Spiel mit raus, dass wir erstens von Beginn an 100 Prozent von jedem Spieler brauchen. Das war gestern am Anfang nicht so ganz, da waren wir wie gesagt nicht so ganz zu 100 Prozent im Spiel drin, warum auch immer. Jetzt kann man viel darüber diskutieren, den richtigen Grund findet man da nicht. Und was man natürlich mitnimmt, ist, dass wir wieder einen großen Kampf geleistet haben, dass wir bis zum Schluss gefightet haben und an diese Chance auch schon in Heidenheim geglaubt haben und dass die Mannschaft einen unheimlichen Willen hat, jedes Spiel gegen alle Widerstände umzubiegen. Und wenn wir das in die beiden Spiele in der Relegation mitnehmen, dann sind wir auch nicht zu schlagen. Gestern waren mehr als 1.500 Schanzer mit vor Ort in Heidenheim, haben das Spiel fast zu einem Heimspiel werden lassen für euch. Wie wichtig ist dieser Faktor Fans jetzt auch in den zwei Endspielen, die wir vor der Brust haben? Ja, sensationelle Stimmung. Man guckt dann schon ein bisschen angenehm überrascht in die Kurve rein, auch beim Warmmachen mit den Leuten, sprich mit den Trainern untereinander. Ey, das ist ja Wahnsinn. Der Block ist pickepacke voll, haben wir ja nicht immer so bei Auswärtsspielen. Also sensationell, hilft enorm. Habe ich aber hier glaube ich in den letzten Wochen auch schon mal gesagt, auch in den Heimspielen habe ich das Gefühl, ist eine besondere Stimmung jetzt im Stadion, die uns trägt, die uns hilft, die auch nicht nachlässt, wenn wir meinen Rückstand liegen, wie das jetzt eben gestern auch der Fall war, sondern man spürt diese Unterstützung immer. Und das ist glaube ich ganz wichtig, weil auch gegen wen können natürlich Widerstände kommen, kann alles Mögliche passieren und da brauchen wir wirklich, dass die Fans geschlossen, absolut geschlossen hinter uns stehen, so wie es jetzt in den letzten Wochen auch war. Mergim, zwei packende Halbzeiten. Gestern in Heidenheim am Ende stand eine 2 zu 4 Niederlage auf dem Tableau gegen den FCH für die Schanzer, jetzt geht's in die Relegation. Wie hast du das Spiel von gestern erlebt? Ja, ich glaube es war sehr, sehr emotional, glaube ich, auch in Anbetracht dessen, dass das Publikum so massiv da war, weil es das erste Mal, glaube ich, dass auswärts fast man das Gefühl hatte, man hat ein Heimspiel. Also das war à la bonheur, muss ich sagen, was die Fans da aufs Parkett gezaubert haben. Umso trauriger war man natürlich, dass man dann so schnell oder sagen wir mal so einfach 2 zu 0 hinten lag. Man hat in der ersten Halbzeit kaum Zugriff gehabt. Wir hatten nicht das richtige Rezept, um dem Spielziel der Heidenheimer entgegenzuwirken. In der zweiten Halbzeit waren wir ein bisschen mutiger, haben überall auf dem Feld mehr 1 gegen 1 Situationen kreiert und das hat die natürlich Probleme bereitet. Natürlich ist die Moral der Jungs intakt. Ich glaube, dass auch vor dem Spiel Gärtner Heidenheim wurde das niemals bezweifelt, wenn man sich die letzten Spiele anschaut oder beziehungsweise die ganze Rückrunde anschaut. Man war knapp dran, das Spiel zu gewinnen. Nach dem 2 zu 2 hatte man doch auch das Gefühl, so okay, hier geht doch noch was. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass dieses Spiel gestern ja eigentlich fast bedeutungslos war, wenn man sieht, was in Regensburg passiert ist. Dementsprechend sollte man, glaube ich, das Spiel gestern nicht zu hoch hängen, also nicht überbewerten. Wir haben wieder Moral gezeigt. Ich glaube, dass man schlauer daraus geworden ist, sagen wir mal so. Aber für das Spiel jetzt gegen wen sind das keine großen Rückschlüsse, die du gestern gezogen hast. Jemand, der im Team die Relegation kennt, bist auch unter anderem du. Du hast mit Fürth Aufstiegsrelegation damals gespielt. Diesmal ist es andersrum. Auf was kommt es denn an in den Relegationsspielen? Ja, ich glaube, auf den kühlen Kopf. Also klar, du musst eiskalt sein, du musst cool sein. Du darfst da nicht mit, weil es sind zwei Spiele. Es ist nicht ein Spiel, es ist kein Ein-Finale, wo du sagst, da kann alles passieren. In so zwei Spielen, glaube ich, kommt die Qualität einer Mannschaft doch mehr zum Tragen, als es in einem Spiel ist. Es ist kein DFB-Pokalspiel, wo es dann immer so ist, dass auch ein Drittligisten, einen Erstligisten schlagen kann. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass du total fokussiert sein musst. Du darfst den Gegner auf keinen Fall unterschätzen. Aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, dass uns damals der HSV unterschätzt hat, als wir hoch wollten. Das kam uns zugute. Nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, eine Sache, die uns sehr fernliegt. Jetzt in dieser Situation, nach diesen letzten 15 Spielen, da überhaupt noch irgendjemanden zu unterschätzen. Ich glaube, das ist der einzige Fehler, den wir machen können. Demütig an die Sache herangehen. Für wen wird es um sehr, sehr viel gehen. Sie können alles gewinnen und werden rennen, solange sie die Beine tragen. Das müssen wir versuchen, im Keim zu ersticken. Ich glaube, das wird unsere Aufgabe sein. Marcel, es war ein echter Fußball-Krimi gestern Nachmittag in Heidenheim. Am Ende stand eine 2 zu 4 Niederlage für die Schanzer auf dem Tableau. Wie hast du die Partie von gestern erlebt? Ja, ich denke, zunächst einmal sind wir völlig verdient in der ersten Halbzeit in Rückstand geraten. Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen, sind wenig in die Zweikämpfe gekommen. Heidenheim hat den Ball sehr gut laufen lassen, sodass wir Probleme hatten im Pressing, beziehungsweise im Anlaufverhalten. Und da muss man ganz klar sagen, dass Heidenheim das in dem Fall dann gut gemacht hat, wir aber auch nicht gut verteidigt haben. Und dann gerät es halt in 0-2 Rückstand zur Halbzeit. Haben auch noch Glück gehabt, dass es nicht noch höher stand. Aber dann die Reaktion nach der Halbzeit war, glaube ich, sehr, sehr wichtig für uns, dass wir mit der veränderten Spielanlage mit höherem Risiko gesehen haben, dass wir Heidenheim unter Druck setzen konnten, dass wir uns zeitnah schon Torchancen erarbeitet haben, was in der ersten Halbzeit ganz, ganz wenig der Fall war. Und von daher war es ein wichtiger Schritt, zu sehen, dass wir Chancen haben und haben dann im Spielverlauf das 1 zu 2 und das 2 zu 2 erzielt, was natürlich dann auch einfach ein Stück weit gezeigt hat, dass wir zurückkommen können, was wir in der Saison noch nicht so oft gezeigt haben. Von daher haben wir auch da schon wieder einen Schritt nach vorne gemacht. Das kann man als Positives sehen aus dem Spiel. Von daher war es natürlich dann bitter, dass wir direkt zeitnah nach der Ecke dann das 3-2 bekommen haben, wobei das dann hinten raus dann sowieso irrelevant war. Aber für die Emotionen war es natürlich trotzdem für mich oder auch für die Mannschaft gut zu sehen, dass wir nach dem 0-2 Rückstand unter schlechten ersten Halbzeit dann so eine zweite Halbzeit spielen konnten oder gespielt haben, um mal zu sehen, dass wir Rückschläge und Widerstände auch bearbeiten können. Eine ganz besondere Unterstützung habt ihr gestern auch von den Rängen erfahren. Es hat sich angefühlt wie ein Heimspiel für euch in Heidenheim gestern. Wie wichtig ist es für euch als Mannschaft, jetzt auch im Hinblick auf die nächsten beiden Spiele, dass die Fans so hinter euch stehen? Letztendlich sind die Fans ein entscheidender Faktor und was unsere Fans gestern in Heidenheim gezeigt haben, war wirklich sehr, sehr gut. Es gibt dir als Mannschaft einfach ein starkes Gefühl, wenn du rauskommst und siehst die Masse, die wirklich auch komplett aggressiv oder supportet und die Mannschaft unterstützt. Es gibt dir als Mannschaft nochmal ein gutes Gefühl, auch wenn wir es in der ersten Halbzeit nicht geschafft haben, das auf den Platz zu bringen. Aber das wird jetzt in den beiden Spielen enorm wichtig sein, dass wir da die Unterstützung, die wir in den letzten Wochen zusammen uns erarbeitet haben, dass die weiter fortgeführt wird und dass wir auch gerade in dem Heimspiel dann hier zu Hause natürlich letztendlich dann zusammen als eine Einheit agieren.